ich möchte mit dir heute einen sehr coolen gedanken teilen der mir extrem wichtig geworden ist als ich das heute tatsächlich heute verstanden habe und ich habe das unter folgendem thema zusammengefasst mit gottes liebe aufgeladen sein mit gottes liebe aufgeladen sein es ist ein spezieller name und ich denke als menschen sind wir tatsächlich ziemlich abhängig von irgendeiner ladung zu sein ich war wir sind abhängig uns irgendwie aufzuladen sei es körperlich durch essen sei es spirituelle geistlich durch kontakte durch beziehung durch unterhaltung mit jemandem das heißt wir sind wesen die tatsächlich ständig input benötigen irgendwas aufnehmen irgendwas teilen natürlich auch aber im grunde genommen irgendwas aufnehmen müssen und auf diese art und weise können wir tatsächlich gute und schlechte ladung abbekommen und für mich ist wichtig einfach nachzuforschen wo bekomme ich die gute ladung her und deswegen habe ich dieses thema auch tatsächlich so genannt mit gottes liebe aufgeladen sein ich denke es ist wichtig dass wir positiv in eine neue woche gehen positiv auf neuen lebensabschnitt gehen positiv überhaupt das leben gehen und je nachdem was wir zu uns nehmen womit wir uns aufladen so sieht auch unser lebensergebnis aus und deswegen möchte ich dich einladen erstmal bevor ich in dieses thema gehe einfach ein bild dir vorzustellen dieses bild wird uns im folge dieses dieser unterhaltung immer wieder verfolgen ich habe das so zusammengefasst wenn wir ein großes bild erkennen möchten also groß ist damit gemeint bild auf zum beispiel eine ganze wand ja also extrem großes bild wenn wir das erkennen möchten dann müssen wir zuerst oder zunächst ein schritt zurück machen vielleicht zwei drei schritte zurück machen bevor wir uns mit den einzelnen details ja auseinandersetzen können das heißt ich muss erstmal die idee verstehen ich muss erstmal zurücktreten das ganze bild ansehen wenn ich von vornherein jedes einzelne detail raus blicken werde werde ich dieses große ganze vielleicht niemals sehen oder andersrum diese kleinigkeiten werde ich ganz anders deuten wenn ich aber aus der vogelperspektive oder vom weitwinkel her das ganze bild gesehen habe dann weiß ich worum es im detail geht und heute geht es um die liebe heute geht es um die liebe gottes zu uns wenn wir über die liebe sprechen so sehen wir dass im deutschen sprachgebrauch es eigentlich hauptsächlich ein wort dafür gibt nicht wahr liebe und wenn ich sage es geht um die liebe dann versteht jeder alles unter liebe die kann sehr unterschiedlich ausfallen die kann unterschiedliche begebenheiten beschreiben aber es ist liebe so wenn wir aber ins griechische gehen dann steht dort für diesen einen begriff ganze drei unterschiedliche begriffe das ist eros filia und agape und wenn wir über dieses thema sprechen so sehen wir im griechischen gibt es tatsächlich für jedes dieser einzelnen wörter die wir tatsächlich im deutschen zusammenfassen in ein wort gibt es unterschiedliche bedeutungen und es wird unterschieden wann welcher zustand der liebe tatsächlich ausgeführt wird oder um welchen zustand der liebe es sich gerade aktuell handelt wenn wir über eros sprechen so sehen wir oder reden sprechen wir über die romantische liebe über die liebe die eigentlich auf der oberflächlichen ebene abgespielt wird würde ich erstmal so behandeln ja natürlich kann romantische liebe auch in filia und agape vorkommen aber ist es eine kennenlernen liebe oder es ist eine so wie der begriff schreibt eros ja also eine liebe die tatsächlich auf so oft auf körperlicher ebene stattfindet das ist die erste stufe der liebe dann geht es darum die zweite stufe der liebe zu betrachten und dort sehen wir das ist eine freundschaftliche liebe das heißt es ist eine stufe weiter die eine liebe die sich aus der vielleicht der ersten liebe meistens in die zweite stufe entwickelt und das ist die filia liebe das ist eine liebe die tatsächlich in einer tieferen beziehung stattfindet wenn es um freundschaft geht wenn es um eine beziehung geht wenn es schon um mehr geht als nur um eine körperliche ebene und dann geht es um die letzte stufe der liebe und um diese werden wir heute tatsächlich reden weil das ist das was für mich heute wichtig ist ich bin nicht derjenige der jetzt versucht jetzt irgendwas über die über die liebe zu erzählen im klassischen sinne sondern ich möchte dir heute die liebe gottes zu uns zeigen aber auf eine extrem andere art und weise und hier sehen wir die agape liebe und hier wird beschrieben dass das eine altruistische liebe ist was bedeutet altruistische liebe das ist eine liebe die selbstlos ist ja die aufopfernd ist die erwartungsfrei bedingungslos ist damit wird zusammengefasst eine liebe die agape liebe bedeutet das heißt das ist eine liebe die tatsächlich als die göttliche liebe bezeichnet wird das heißt eine übernatürliche liebe die der mensch tatsächlich er muss opferbereit sein er muss tatsächlich von sich selbst abschneiden das heißt das ist das was wir oftmals nicht mehr gerne tun nicht war oder das ist wirklich so ein zustand wo tatsächlich vieles auf die probe gestellt wird und diese liebe ist die liebe die tatsächlich in der bibel wenn wir im neuen testament über die liebe sprechen dann wird meistens diese liebe oder dieser begriff wird gewählt um über die liebe zu sprechen und als ich tatsächlich eine bibelstelle heute vorgelesen habe habe ich diese bibelstelle nicht verstanden und ich habe gesagt jesus sorry wieso wie soll ich das verstellen ich werde diese bibelstelle zum schluss des der andacht heute sprechen vorlesen aber als ich das gelesen habe ich gesagt ich kann es nicht verstehen ich kann es wirklich nicht verstehen bitte heiliger geist zeigt mir was das bedeutet und was interessant ist ich wurde geführt in die griechische übersetzung der liebe oder der agape liebe die dort halt beschrieben wird und wie schon davor gesagt habe mir wurde tatsächlich dieses bild vorgestellt oder hat einfach der aufruf gegeben einfach erstmal paar schritte zurück zu gehen und nicht sofort sich auf diese liebe zu fokussieren sondern das ganze bild anzuschauen deswegen möchte ich dich heute aufrufen einfach mit mir gemeinsam paar schritte zurück zu gehen um einfach diese komplette wand dieses kunstwerk gottes näher betrachten zu können oder aus der ferne betrachten zu können so ist es besser gesagt damit wir nicht uns im detail verlaufen sondern erstmal tatsächlich das ganze bild anschauen das wollen wir nämlich gemeinsam machen machen und ich beginne einfach mit johannes erster johannes kapitel 4 verse 14 bis 18 ich lese es mal vor und wir haben gesehen und bezeugen dass der vater den sohn gesandt hat als heiland der welt wer nun bekennt dass jesus gottes sohn ist in dem bleibt gott und er in gott das ist erstmal so eine ein führung johannes sagt hier wir waren zeugen also er spricht von sich und sagt wir waren zeugen wir haben gesehen wir bezeugen es dass der vater den sohn gesandt hat als heiland der welt er sagt wir waren ich weiß wovon ich rede ich habe diese person gesehen ich habe jesus gesehen es geht jetzt um jesus und er sagt es ist gottes sohn ich habe ihn gesehen und deswegen sagt er wer nun bekennt dass jesus gottes sohn ist in dem bleibt gott und er in gott es geht von vornherein um beziehung und er sagt damit gott in sie bleibt und du in gott bleiben kannst bedarf das erstmal etwas das heißt du musst an etwas glauben nämlich an das dass jesus gottes sohn ist das heißt wenn du von vornherein nicht glaubst dass jesus gottes sohn ist wird das schwierig du wirst einfach sehr viele dinge in frage stellen und du wirst keine antwort finden das heißt eine voraussetzung und dann geht es weiter und dann geht es eigentlich in das thema das ich heute mit uns besprechen möchte ab vers 16 und wir haben erkannt und geglaubt die liebe die gott zu uns hat gott ist liebe und wer in der liebe bleibt der bleibt in gott und gott in ihm darin ist die liebe bei uns vollendet und dass wir die freiheit haben zu reden am tag des gerichts denn wie er ist so sind auch wir in dieser welt furcht ist nicht in der liebe sondern die vollkommene liebe treibt die furcht aus denn die furcht rechnet mit strafe wer sich aber fürchtet der ist nicht vollkommen in der liebe ich zeh mal schnell durch das sind im grunde genommen sieben mal die wir jetzt vorgelesen haben habe sieben mal kommt hier der begriff liebe vor und sicherlich können wir tatsächlich sagen ja es geht hier um die liebe amen wunderbar gott ist die liebe alles gut alle happy perfekt aber ich möchte dir heute tatsächlich einfach mal die frage stellen verstehst du wirklich was du liest besser das war die frage die philippus dem kemarer gestellt hat er ist auch unterwegs gewesen und hat einfach die jesai rollen gelesen das ist üblich gewesen er tat das was er schon immer tat das heißt er ist gefahren hat die jesai rollen gelesen hat wahrscheinlich auch niemals eine antwort dafür gefunden vielleicht hat er fragen vielleicht hat er eine eigene argumentation dazu gehabt aber er ist damit gefahren und hat gelesen und was macht philippus philippus fragt ihn ganz direkt verstehst du was du liest muss das ist das wo wo ich heute stand das ist so ein zustand als ich das durchgelesen habe ich gesagt irgendwie sitzt es nicht und dann habe ich angefangen mit dem heilen geist darüber zu diskutieren und gebeten mir das zu erklären wie das tatsächlich gemeint ist es geht hier tatsächlich sehr viel um die liebe nicht wahr aber ich habe gesagt ich möchte das bild sehen ich möchte einfach das bild sehen und als ich tatsächlich im griechischen angefangen habe zu gucken und zu schauen wann dieser begriff dieser begriff agape verwendet wurde ist mir ein sehr interessantes detail aufgefallen es wurde immer auch dann verwendet also nicht nur als begriff sondern als dann damit wurden die zusammentreffe die gemeinschaften oder die gemeinschaft der gläubigen christen miteinander beschrieben das heißt in dieser gemeinschaft war die liebe gottes so präsent dass diese gemeinschaften mit agape liebe beschrieben wurden und wenn wir die bibel tatsächlich das neue testament aufschlagen werden wir so oft sehen ermahnung zu liebe beschreibung der liebe funktionen der liebe und so weiter immer wieder agape immer wieder agape verschiedene lebenssituationen immer wieder agape und da wurde in mir etwas wach und deswegen möchte ich mit dir heute ein experiment durchführen und ich bin mir fast zu 100 prozent sicher dass für dich heute etwas klar wird etwas so übernatürlich heftig gutes ich habe mir einfach vorgenommen ein experiment durchzuführen und das wort liebe durch das wort oder durch den begriff gemeinschaft zu ersetzen es soll keine neue übersetzung sein was ich heute jetzt gerade gleich machen werde es ersetzt nicht den begriff agape aber es soll ein versuch sein den begriff agape uns bisschen näher heranzubringen damit wir ihn mehr verstehen besser verstehen das ist so wichtig und deswegen habe ich einfach gesagt okay ich tausche einfach mal diese begriffe aus und ich habe schon diese übersetzung vorbereitet dass ich dir also einfach lese und mal schauen wie das auf uns jetzt plötzlich wirken wird das ist nämlich für mich erstaunlich gewesen ich lese einfach ab 4 16 weil da kommt es zum ersten mal vor und wir haben erkannt und geglaubt an die gemeinschaft wie steht das eigentlich original und wir haben erkannt und geglaubt die liebe wenn ich das lese wir haben erkannt und geglaubt die liebe dann hört es sich für mich tatsächlich festgefressen an versteht ihr wenn eine person wenn ein mensch tatsächlich sage ich mal neu gott entdeckt der nie was mit der liebe zu tun hat wenn er plötzlich die liebe erlebt ist es so dass er tatsächlich in diesem moment die liebe erlebt und dann ist es für ihn neu es ist eine neue entdeckung aber ich spreche besonders heute aus der perspektive eines christen der vielleicht schon paar jahre mit gott zusammen ist und ihn kennt und sich an seiner liebe erfreut aber es ist im grunde genommen dasselbe wie man immer wieder dasselbe brötchen ist irgendwann hat man keine lust mehr und genau da möchte ich heute angreifen es geht mir nicht um lust es geht mir um etwas was sehr wichtig ist lassen wir vielleicht als beispiel die ehe nehmen ja zuerst ist die eros liebe da ja dann ist die viele liebe viele liebe da dank entwickelt sich sogar die agape liebe aber was passiert danach auf einmal merken wir irgendwo verschwindet die eros liebe und man sieht der andere macht es besser der andere macht es anders der eigene ist plötzlich komisch man merkt irgendwie man findet fehler man 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 bekommt enttäuschungen und was ist was ist wichtig damit dass hier alles erhalten bleibt damit man plötzlich nicht das interesse am eigenen partner verliert die gemeinschaft gemeinsame ziele gemeinsame zeit ja intensives arbeiten an der eigenen beziehung wenn man das aufgibt dann hat man so gute verloren das heißt man muss ständig an sich arbeiten und ich kenne dieses gefühl das heißt für mich ist es extrem wichtig eine familie zu haben in der familie zu sein lieben dürfen und geliebt werden das ist das was mich tatsächlich am leben hält mir die energie gibt was ist hier interessant wenn wir tatsächlich diesen begriff lesen erster johannes kapitel 4 vers 16 ja und wir haben erkannt und geglaubt die liebe das heißt wir haben die liebe erkannt wir haben an die liebe geglaubt jesus ist die liebe wunderbar amen weiter geht es ja weiter geht es genau dasselbe die gott zu uns hat gott ist die liebe jawohl amen das heißt irgendwo ist ein stereotyp wenn wir jetzt anfangen zu ersetzen dann kommt etwas sehr wichtiges raus und wir haben erkannt und geglaubt an die gemeinschaft wir haben an die gemeinschaft mit gott geglaubt die gott mit uns haben möchte gott ist gemeinschaft und werden der gemeinschaft mit gott bleibt der bleibt in gott und gott in ihm es ist total interessant es ist total interessant was was ist für mich wichtig damit ich gott verstehe damit gott in mir bleiben kann und ich in gott bleiben kann die gemeinschaft mit gott nicht wahr das heißt wenn dieses leben dieses zusammen dieses miteinander funktioniert dann hält es einfach dieses feuer in uns wach wirklich ich erinnere mich oft an diesen zustand wo man wirklich in den himmel schreit und sagt jesus ist es dir egal ja oder die jünger damals im boot genau dasselbe ist es dir egal dass wir gerade ersaufen was ist los jesus oftmals ist unsere beziehung zu gott genau so wir denken ihm ist es egal wie es uns gerade geht aber es ist genau deswegen so weil wir keine gemeinschaft mit ihm legen lass uns bisschen weiter schauen was uns weiter offenbart wird verset sind darin ist die gemeinschaft mit gott bei uns vollendet die gemeinschaft mit gott ist bei uns vollendet auf dass wir die freiheit haben zu reden am tag des gerichts denn wie er ist so sind auch wir in dieser welt was gibt mir die gemeinschaft mit gott wenn ich mit ihm ständig in verbindung bin wenn ich gott suche wenn ich mit ihm eine intakte beziehung führe dann habe ich vor nichts angst dann habe ich keine angst vor gericht dann habe ich keine angst vor schlechten ereignissen von schlechten neuigkeiten dann bin ich safe weil ich in einer gesunden gemeinschaft mit gott lebe weil die in mir vollkommen vollendet ist diese gemeinschaft darin ist die gemeinschaft darin ist die liebe bei uns vollendet wo fand die vollendung der liebe statt was schreibt johannes als jesus in dieser welt war wir werden nachher sein eigenes zitat lesen was jesus gesprochen hat ja darin fand die vollendung der gemeinschaft statt jesus war die vollendung als sie mit ihm waren wollten sie nichts mehr brauchten sie nichts mehr weil sie alles hatten weil sie absolut ruhig waren weil sie absolut zufrieden und glücklich waren sie haben alles für ihn aufgegeben verlassen weil es mit ihm einfach super super klasse war okay und das ist das was uns motivieren sollte keine angst mehr zu haben vers 18 geht weiter in diese richtung furcht ist nicht in der gemeinschaft mit gott also furcht ist nicht in der liebe ja und ich übersetze das bisschen anders erweitert oder besser gesagt eher zurücktreten ja weil ich dieses ganze bild anschauen möchte dieses wesen gottes verstehen möchte und hier seht steht geschrieben furcht ist nicht in der gemeinschaft mit gott sondern die vollkommene gemeinschaft mit gott treibt die furcht aus denn die furcht rechnet mit strafe wer sich aber fürchtet der ist nicht vollkommen in der gemeinschaft mit gott wenn wir das mit liebe lesen dann ist es für mich so ein bisschen suspekt ich kann es nicht anpassen ich kann es nicht fühlen wenn ich das ersetze mit dem begriff gemeinschaft das ersetzt nicht liebe es ist nur ein teil davon versteht ja ich möchte das jetzt nicht wegnehmen ich möchte dass wir das verstehen wie intensiv das ist die agape liebe gottes zu uns ja und die aber die brücke dafür ist die gemeinschaft durch jesus christus gemeinschaft mit dem heilige ist gemeinschaft mit gott ja und deswegen furcht ist nicht in der gemeinschaft mit gott wenn ich mich tatsächlich in dieser liebe befinde die gemeinschaft genannt wird nur ein teil dessen oder durch die gemeinschaft aufgebaut wird in meinem leben dann verschwindet jede furcht jede angst aus meinem leben ich weiß wer ich bin versteht ja ohne liebe ohne jesus weiß ich auch wer ich bin nämlich ein verdorbener mensch ja meine natürliche welt nimmt überhand meine natur ist ohne gott nichts dies in sünde aber durch die liebe durch die gemeinschaft mit gott weiß ich wer ich bin und da flieht jede wohl furcht da bin ich plötzlich anderer mensch versteht das ist so krass so interessant hier ausgedrückt so die vollkommene gemeinschaft mit gott treibt die furcht aus wenn du furcht hast wenn du zu kämpfen hast wenn du angstzustände hast wenn du zweifel hast wenn du probleme im leben hast und ich weiß nicht aus nicht ein such als allererstes die gemeinschaft mit gott das ist so wichtig für uns ja und deswegen sagte hier als ein resultat dessen er sagt hier wer sich fürchtet der ist nicht vollkommen in der gemeinschaft mit gott ja nicht vollkommen in der liebe das ist immer so ein ding ja er ist nicht vollkommen in der gemeinschaft mit gott das heißt mir fehlt irgendwas und deswegen macht mich die furcht deswegen habe ich zweifel deswegen greife ich probleme mit eigenen dingen an ja mal wird durch die faust gelöst gelöst mal durch schmieren hier schmieren da mal durch eine notlüge das sind dinge die mich dann auf einmal fesseln mal mit alkohol mal mit droge ja das sind dinge die mich dann nachher tatsächlich ich suche ersatz für die echte liebe und das ist so interessant lass mal einfach experimentell eine andere bibelstelle anschauen ich möchte dir heute einfach paar bibelstellen nennen genau genommen noch drei aber wenn du dieses wort komplett im neuen testament ersetzen wirst du wirst feststellen dass dir neue wahrheiten offenbart werden und das ist so wichtig für mich geworden als ich diese botschaft verstanden habe der feser kapitel 3 verse 17 bis 19 erst mal normal dass christus durch den glauben in euren herzen wohne und ihr seid in der liebe eingewurzelt und gegründet damit ihr mit allen heiligen begreifen könnt welches die breite und die länge und die höhe und die tiefe ist auch die liebe christi erkennen könnt die alle erkenntnis übertrifft damit erfüllt werdet bis ihr die ganze fühle gottes erlangt habt hier wird kommt zweimal der begriff liebe vor und erst mal und ihr seid in der liebe eingewurzelt und gegründet und da steht sich die frage und wie wird das aktiv na klar durch das begreifen durch das ergreifen durch das verstehen was verstehen versteht ihr dann entsteht dieses jagen und suchen nach irgendwelchen dingen aber nicht nach gemeinschaft mit gott und deswegen eine übersetzung die ich jetzt hier einfach ersetzt habe durch die gemeinschaft dass christus durch den glauben in euren herzen wohne und ihr in der gemeinschaft mit jesus eingewurzelt und gegründet seit was ist wichtig um die liebe gottes zu verstehen was ist liebe wichtig um diese dieses begreifen zu bekommen dieses übernatürliche zu erfahren die gemeinschaft mit jesus ganz klare sache natürlich die liebe aber die liebe erfahre ich durch die gemeinschaft bei mir ist es so wenn ich jetzt zum beispiel mehr als paar tage abgelenkt werde und ich habe keine zeit für gott keine zeit für gebet keine wenn ich in stresssituation verfalle dann bekomme ich eine entzugserscheinung ich werde nervös ich werde stinkig ich werde sauer ich werde aufbrausend das sind dinge die mir einfach fehlen genauso wenn ich sehr lange keinen kontakt zu meiner familie habe und sehr lange bedeutet für mich einfach mal vier stunden später ist für mich schon tatsächlich kein normaler rhythmus ich ich brauche den feierabend ich brauche meine familie ich brauche meine kinder ich brauche meine frau nicht deswegen weil ich ein egoist bin nein aber ich liebe diese gemeinschaft versteht ja und das ist so interessant das ist so wichtig für uns heute zu verstehen wenn ich mich in jesus entwickeln möchte dann muss ich da sein wo jesus ist oftmals ist hier so eine erscheinung der religion wie ich früher gedacht habe okay jetzt hast du eine stunde gebetet zwei stunden gebetet heken wunderbar jesus ich habe ja mit ihr gebetet oder ich habe ein kapitel durchgelesen ich habe zehn kapitel durchgelesen jeder hat unterschiedliches maß und damit versuchen auszustellen aber es geht bei der gemeinschaft nicht darum es geht nicht darum ich habe mein sollt erfüllt es geht darum dass ich eine echte beziehung führen und diese echte beziehung zu jesus es kann sein dass ich den ganzen tag keinen einzigen vers gelesen habe aus der bibel aber jesus spricht zu mir auf übernatürliche art und weise durch verschiedene verse durch menschen die in meinem leben kommen es geht nicht um etwas was ich schnell gelesen habe es geht um ein leben mit ihm er möchte sein leben mit mir teilen er schenkt mir seine ergabe liebe er opfert sich für mich auf und er möchte dass ich bereit bin das zu empfangen er verlangt von mir nicht mal irgendwas versteht ihr in einer guten beziehung ist es tatsächlich oft so dass wir die agape liebe erst dann feststellen wir fixieren uns tatsächlich auf eros of filia ja auch diese beziehung ja alles gut alles easy alles wundervoll ja aber diese agape liebe verstehen wir meistens erst dann wenn wir plötzlich einen menschen nicht haben oder ein mensch versagt oder er wird krank oder er kann mich nicht bedienen dann wird mir plötzlich klappt was auf dieser mensch ist die eigentlich viel mehr wert als du bis jetzt hinein geschätzt hast und das sind solche dinge die hier klar werden jesus ist derjenige der dich einfach um wirbt mit all dem was er für dich vorbereitet hat wie beschuldigen oftmals weil wir ihn auf der eros ebene erwarten jetzt was ist mit hier los keine gefühle mehr für mich viel zu weit weg nein öffne dich für ihn und das ist so wichtig ja warum brauchen wir die gemeinschaft mit gott damit ihr mit einem heiligen begreifen könnt welches die breite die länge die höhe und die tiefe ist das heißt wenn ich mit ihm die gemeinschaft habe also nicht die liebe von ihm sicherlich aber wie erfahre ich durch seine gemeinschaft dann werde ich plötzlich feststellen dass ich bei ihm viel mehr habe ich habe einen freund verloren und nein bei mir ist die welt zusammengebrochen ich habe jetzt ein tausender weniger ich wurde gekündigt bei mir ist die welt zusammengebrochen das leben hat überhaupt keinen sinn mehr versteht ja die die eros atmosphäre wenn ich mit dem in der gemeinschaft bin reich jesus interessant was machst du jetzt daraus ich bin dein kind du bist mein freund du hast alles im griff die ruhe die geht aus mir nicht mehr raus ich möchte das nicht so weit in die in die weite ziehen aber es erfüllt mich einfach mit diesem gedankengut der liebe gottes versteht er deswegen es brennt einfach in mir vers 19 auch die gemeinschaft christi erkennen könnt die gemeinschaft christi also das was ihr jetzt damit es erkennt damit es lieben lernt mit ihm die gemeinschaft zu haben die alle erkenntnis übertrifft alles was du bis jetzt hat ist ja glück dieser welt reicht um dieser welt zufriedenheit ruhm alles was du bis jetzt hat ist das ist nichts gegen das was die jesus heute anbietet seine gemeinschaft wenn du dieses erkannt hast wird dir alles andere sowie paulus geschrieben dass ich zähle es für nichts warum weil ich jesus habe und ich gebe ihn für keinen preis dieser welt wieder her damit erfüllt werden bis ihr die ganze fühle gottes erlangt habt damit er erfüllt werdet immer wieder bis in die ganze fühle gottes erlangt habt versteht ja da steht sich hier stellt sich mir die frage wann kommt die ganze fühle da ist so viel potenzial jesus schau dir mal das leben jesus an was er gemacht hat was er bewirkt hat das war einfach heftig diese ständige überzeugung wir gehen gleich genau in diesem vers in diese richtung wieder rein ja dieses miteinander mit seinem vater diese sicherheit diese tiefe überzeugung in ihm hast du das habe ich das das ist das was ich in mir heute wecken möchte in dir heute wecken möchte jesus ist viel mehr als wir bis jetzt verstanden haben seine liebe ist viel mehr als wir bis jetzt verstanden haben deswegen seht und schmeckt das ist so krass johannes kapitel 15 versen 9 bis 11 wie mich mein vater liebt so liebe ich euch auch bleibt in meiner liebe wenn ihr meine gebote haltet bleibt ihr in meiner liebe so wie ich meines vaters gebote gehalten habe und bleibe in seiner liebe das habe ich euch gesagt ob das meine freude in euch sein und eure freude vollkommen werde wisst ihr hier driftet man so schnell in irgendwelche religiösen sitten ab das ist echt krass besonders dieser vers 10 wenn ihr meine gebote haltet bleibt ihr in meiner liebe das heißt wenn ich jesus meine liebe bezeugen möchte oder wenn ich in seiner liebe bleibe ist schlussendlich dass das alles sehen müssen oder ich zumindest mir die rechenschaft abgeben muss ich bleibe ihm treu das was er mir gesagt hat jesus hier seit meiner jungen jungen alter habe ich das alles erfüllt wunderbar es geht gar nicht darum es geht gar nicht darum und das ist so krass das ist so faszinierend wenn wir diese begriffe auch hier austauschen wobei im vers 9 die ersten zwei begriffe liebe wird hier im griechischen tatsächlich bisschen erweitert dargestellt deswegen habe ich das ein bisschen anders übersetzt damit wir das sehen wie mein vater liebt so liebe ich euch auch steht eigentlich da steht ein anderer begriff eine erweiterung der agape liebe oder verneinung ja andere andere rangehensweise wie mein vater die gemeinschaft mit mir liebt bedeutet das eigentlich ja wie mein vater die gemeinschaft mit mir liebt jesus bezeugte etwas er geht hier auf eine beziehung ein und er sagt wie mein vater mich liebt das heißt er liebt er liebt mich er liebt die gemeinschaft mit mir wir sind verbunden wir sind ein team wir sind unzertrennbar ja und deswegen wie er man die gemeinschaft mit mir liebt so liebe ich die gemeinschaft mit euch habe schon mal glaube ich erwähnt ja jesus möchte es hat sehnsucht nach uns es gibt so viele bibelstellen darüber ja dass gott und sucht dass er ein verlangen nach dem menschen hat es ist seine schöpfung es ist sein das beste bild seine kreation sein kunstwerk das sind wir er hat alles in uns reingelegt ja und er er liebt die gemeinschaft mit uns und hier sagt so liebe ich die gemeinschaft mit euch auch er er ist sich so sicher dieser gemeinschaft und er findet kein anderen beispiel dafür um zu bezeugen wie tief er seine jünger liebt wie dolle er wie gerne er mit diesen menschen war und deswegen sagt er so wie er mich liebt so liebe ich euch das ist krass wenn er diese wenn er diese liebe verstanden haben dann wollen wir einfach nicht mehr ohne jesus weiter dann wollen wir einfach nicht weg von jesus es ist einfach heftig und deswegen sagt er bleibt in meiner gemeinschaft er bleibt in meiner agape bleibt in meiner liebe er bleibt doch lehnt mich nicht ab bleibt in meiner gemeinschaft und dann sagt er wenn ihr meine gebote haltet bleibt er in meiner gemeinschaft das heißt hier geht es darum es geht hier um eine beziehung ihr lieben es geht um eine beziehung ich habe kinder und was wünsche ich für meine kinder natürlich das beste nicht wahr also vielleicht gibt es andere eltern ich möchte dass meine kinder glücklich sind erfolgreich sind erfolgreich sind nur das beste es ist egal wie ich das jetzt beschreibe es ist immer zu wenig um das zu beschreiben was ich für meine kinder fühle weiß ich für sie wünsche versteht ja weil das ist mein ein und alles genauso für meine frau und deswegen versuche ich den kindern zu erklären macht das so versuch so macht das lieber nicht das sind gebote das sind keine gesetze das sind hilfen das sind unterstützungen das sind dinge wo das kind tatsächlich auch sagen kann weißt du was alter du hast voll keine ahnung ich weiß es ohne dich ich kann es ohne dich viel besser lass es vergiss es irgendwann wenn ich so alt bin wie du dann mache ich das vielleicht genauso aber du kapierst nicht in welcher situation ich gerade bin du kannst mir nicht mich nicht du kommst einfach nicht mit versteht das sind dinge die mein kind denken kann wenn er bei meiner gemeinschaft bleibt da warum denkst du eigentlich so okay gut wir probieren so ich meine das andere kann ich auch morgen probieren wenn es das was du sagst er steht ja das ist die gemeinschaft und deswegen sagt jesus wenn ihr meine gebote haltet bleibt automatisch in meiner gemeinschaft oder andersrum ihr bleibt in meiner gemeinschaft wenn ihr meine gebote haltet das heißt ihr werdet wenn ihr meine empfehlungen wenn ihr das was ich euch beibringe wenn ihr das macht kann euch nichts aus meiner beziehung rausreißen was möchte der teufel er möchte die gemeinschaft unterbrechen er möchte sagen jesus ist ein buhmann er ist ein versager er hat nicht belogen das ist das was der teufel machen möchte und jesus sagt nein ich möchte dass du glücklich bist deswegen achte darauf dass deine gemeinschaft mit mir nicht unterbrochen wird so wie ich meines vaters geboten gehalten habe und bleibe in seiner gemeinschaft er zeigt ein beispiel sagt das perfekte beispiel schau einfach auf mich ich mache genau das was der vater will weil ich weiß weil ich weiß dass was er mir sagt absolut vollkommen ist absolut perfekt ist ich möchte dich heute nicht sagen dich nicht darauf lenken und sagen hör genau nur auf mich ich bin der beste und klügste ich möchte meinen kindern nicht sagen dass ich der beste und klügste bin ich bin der mensch aber ich kann den kindern ich kann dir heute eine richtung geben es gibt ihn es gibt jesus es gibt gott und er möchte heute in dein leben sprechen er möchte mit die gemeinschaft haben und das ist das was in mir brennt wieso ich das ganze überhaupt mache ja dass du erkennst dass es was echtes gibt dass du dieses echte findest vielleicht wirst du weiterhin fehler machen auch ich aber diese fehler werden immer weniger umso mehr wir in die gemeinschaft in die beziehung mit jesus hineintreten nämlich dass es im vers 11 versiegelt das habe ich euch aus dem grund gesagt auf dass meine freude in euch sein und eure freude vollkommen sei das ist die liebe jesus das ist so heftig das ist so unbeschreiblich gut deswegen möchte ich so gerne einfach mit dir diese gedanken teilen und die letzte bibelstelle wie gesagt du kannst vieles nachher gucken in diesem in selben bilder ja aber es waren einfach beispiele die mich einfach heute überwältigt haben galater kapitel 5 vers 6 ich habe von vornherein schon gesagt das war die bibelstelle über die ich gestolpert habe wo ich gesagt habe ich verstehe es nicht wie wie soll ich das anfassen wie soll ich das in meinem leben real erleben ja und deswegen hat der heiligeist mit mir heute die arbeit angefangen ich lese einfach den ersten abschnitt wobei es um den zweiten eigentlich genau geht denn in christus jesus gilt weder beschneidung noch unbeschnitten sein etwas das heißt und baule schreibt in galat und sagt all diese religiöses tamtam alles was hier drumherum passiert was man versucht hoch zu heben ja wir machen es heute genauso ihr lieben wir machen es genauso heutige offenbarung wird morgen eine sitte sein die verkauft wird und wehe du machst das nicht so nein es geht nicht um eine religion es geht nicht um einen buchstaben es geht um die gemeinschaft es geht um eine beziehung und deswegen sagte hier es ist nichts sondern der glaube der durch die liebe tätig ist was zählt der glaube der durch die liebe tätig ist als ich das gelesen habe ich gesagt jesus wie kann der glaube oder warte mal der glaube durch die liebe der glaube durch die liebe ich habe das einfach immer wieder für mich wiederholt der glaube durch die liebe ich verstehe es nicht dann habe ich einfach versucht zu beschreiben okay wenn meine liebe zu den menschen so dolle ist und mein glaube zu dir so so groß ist dann kannst du durch den glauben in mir wirken 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 und ich kann die liebe auf diese menschen ausschütten diese liebe weitergeben ich versuche ihr auch so zu leben irgendwie und das waren so meine argumentation lass uns mal lesen was der heilige sagt sondern der glaube der durch die gemeinschaft mit jesus tätig ist herrlich nicht wahr es geht nicht um deine leistung es geht hier nicht um dich du kannst aus deiner kraft nichts bewerkstelligen du kannst nichts verändern es geht um die um den glauben der durch die gemeinschaft mit jesus in deinem leben geweckt wird und das ist das herrliche deswegen muss ich heute die gemeinschaft mit jesus suchen die liebe suchen weil durch die liebe jesus in mein leben durch diese agape liebe wird mein glaube aktiviert ich muss heute nicht die liebe schenken gott ist die liebe und ich muss diese liebe durch den glauben aktivieren meine liebe ist nichts wenn es um meine natur geht dann bin ich einer der schlimmsten menschen versteht ja das ist das problem aber es gibt kein problem wenn ich die gemeinschaft mit gott finde wenn ich seine liebe finde dann wird in mir etwas wach dann wird plötzlich mein glaube geweckt jesus sagt ich bin mir sicher mit wem ich verbunden bin er ist treu zu seinem wort er steht zu seinem wort er bricht sein wort nicht er erfüllt sein wort und wenn diese gemeinschaft mit mir wächst dann platzt irgendwann die bombe dann kann ich nicht mehr anders dann bewegt mich dieser glaube und die welt kann sagen ich bin bescheuert ich bin verrückt ich drehe durch aber das interessiert mich in diesem moment nicht mehr dann werde ich durch diese liebe getrieben die liebe die aus der gemeinschaft hervorgeht und diese liebe treibt dann meinen glauben an mensch das ist so heftig ich wünsche mir dass du einfach durch dieses wort einfach heute neu geweckt wirst dass in deinem leben eine veränderung passiert dass du einfach neu anfängst dich zu orientieren und dein dein denken veränderst ich habe ein problem ich suche nach einer lösung ich rede mal mit dem ich berate mich mit dem vielleicht kann mir der da helfen sorry falscher weg ich habe ein problem jesus du bist mein freund erzähl mir da raus man jesus ich war so doof ich bin schuld an diesem problem was soll ich tun die gemeinschaft solange die gemeinschaft pflege wird plötzlich bis plötzlich dieses problem sich aufgelöst hat und darin wächst du daran wächst dein glaube man wie oft mache ich selbst diesen fehler noch dass ich einfach selbst nach einer lösung suche und das ist das problem das hauptproblem warum es noch so viele probleme im leben gibt weil wir das einfach falsch verstehen ich entschuldige dass vielleicht ein bisschen länger geworden ist aber es liegt mir einfach am herzen einfach dass dieses thema dir nahe zu bringen ich spreche dadurch selbst zu mir noch einmal erde es brennt in mir einfach dass es weiterkommt deswegen in diesem sinne wünsche ich dir einfach dass du weiter wächst in der liebe gottes und ich möchte dir einfach zum schluss noch einmal einen aufruf geben ja wenn es dir gefallen hat einfach zum unterstützen des kanals bitte ein daumen hoch ein aber wenn es noch kein abo gibt ja und teil dieses video was noch hilft kommentieren unterhalten vielleicht erlebnisse teilen das motiviert andere zu hören das steigt dieses video im ranking nicht deswegen dass ich groß bin dass jesus groß ist das ist meine aufgabe in groß zu machen es gibt andere business gedanken da geht es um mich aber hier geht es um jesus und das ist für mich so wichtig deswegen noch einmal so ein aufruf an dich dass du mich dann wirklich unterstützt uns ja mein bruder ist auch mit dabei bei diesem kanal wir teilen gott mit dieser welt wir möchten dass hier etwas passiert deswegen in diesem sinne sei gesegnet und bis zum nächsten mal was gut